Ich hoffe, dass diese E-Lecture zur Textanalyse und zum professionellen Schreiben bisher hilfreich für Sie war und dass Sie viele neue Wissenseinheiten vermittelt bekommen haben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar weiterführende Literatur, aber auch verwendete Quellen vorstellen. Zur linguistischen Textanalyse hätten wir zum einen hier natürlich das Standardwerk von Brinker, Linguistische Textanalyse. Außerdem sind auch die Werke von Heringer Texte analysieren und verstehen, aber auch von Heusinger zu Pragmalinguistik sehr hilfreich. Auch von Kreie und Smiltena Medientexte sollten Sie zur weiteren Vertiefung der Themeninhalte heranziehen. Die verwendeten Quellen bzw. weiterführende Literatur zum professionellen Schreiben wäre neben der bereits vorgestellten Dudengrammatik von Wölstein bzw. der Dudenredaktion und dem Einführungswerk von Sommerfeld und Starke, auch von Becker die Kunst des professionellen Schreibens und auch von Gottschling einfach besser texten. Techniken für professionelle Schreiben. Zum Abschluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich für Sie auch ein Handout mit den kompletten einzelnen Themenbereichen, die hier behandelt worden sind, zusammengestellt habe. Dies können Sie natürlich im Nachgang sich noch einmal anschauen und auch dementsprechend nochmal die einzelnen Themenkomplexe Revue passieren lassen. Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch auf zwei Abschlusstests verweisen zur linguistischen Textanalyse. Hierbei handelt es sich um die Analyse zwei unterschiedlicher Texte und der Anwendung unserer thematisierten Punkte. Es wird dazu einzelne Fragen geben, die Sie beantworten können und dementsprechend Ihren eigenen Wissensstand noch einmal hinterfragen können. Bei Schwierigkeiten können Sie entweder im Lehrbrief nachlesen oder sich das entsprechende Video dieser E-Lecture anschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!